Hallo zusammen, der Mittwochs-DAX am Dienstag. Das ist dem geschuldet, dass ich am Freitag auf Bildungsreise gehe für ein Wochenende. Und deswegen kommt die Freitagsanalyse, der Freitags-DAX, kommt auch schon am Donnerstagabend. Ich bin also alles einen Tag früher in dieser Woche, aber ich glaube, das stört euch jetzt herzlich wenig. Hier ist er vor uns, der Freund. Und die Volatilität geht raus. Das sieht man sehr schön auch am VDAX. Ja, wir waren in der Spitze bei fast 45 und sind jetzt so irgendwo so bei 28 rum. Das heißt, die Prämien von den Optionen gehen zurück. So kann man das sagen. Die Schwankungsbreite wird geringer. Wir haben auch hier eine recht große Seitwärtsphase von 14.109 bis zu 14.553. Das ist eine klassische Bullenflagge. Hier ist der Fahnenmast und hier ist die Flagge. Je nachdem, was wir zuerst verlassen, wird nochmal so 300 Punkte mit sich ziehen. Fangen wir mal oben an. Die Bänder gehen ein bisschen weiter zusammen. Das ist halt auch die geringere Volatilität. Wir haben hier bei der 14.813 nicht nur das 61er Retracement von dieser Bewegung vom All-Time-High bis runter bis zum 7.3., bis zum Tiefkurs, Xetra-Basis. Wir haben aber dann hier auch diese, ich hole es nochmal ran, ganz lange Seitwärtsphase, die wir hatten vom März, vom April und März letzten Jahres. Die ist auch bei 14.815. Also das lese ich überall, hatte ich auch das letzte Mal schon gesagt. Das ist schon eine Macht. Da wird einiges drin liegen. Deswegen glaube ich noch nicht mal mittlerweile, dass wir das bis dahin schaffen. Die werden wahrscheinlich ab 14.790 anfangen, da Callshort zu gehen, Putz zu kaufen, auf jeden Fall dagegen zu halten. Also ich glaube jetzt im Moment nicht, dass wir das wirklich schaffen. Aber in die Richtung können wir nochmal gehen. Ich habe hier nichts Negatives. Die Gleitendurchschnitte drehen leicht hoch, 10 über 20, das ist soweit in Ordnung, passt. Und wie gesagt, hier ist die Flagge. Das MACD macht keine nennenswerte Veränderung mehr. Das ist auch dieser Seitwärtsphase hier seit 5 Tagen geschuldet. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, das ist nämlich schon auf einem sehr hohen Niveau. Nicht, dass jetzt hier verkürzte Histogrammbalken kommen. Wenn dem so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir fallen, erheblich größer. Wir gelten als überkauft, aber da warne ich ja immer davor. Nur weil wir hier hoch sind, heißt das noch lange nicht, dass wir jetzt gleich hier runtergehen. Dass wir also sowas hier machen. Oder habe ich dann auch irgendwie sowas da? Das muss nicht sein. Das kann sich über noch ein paar Wochen hinziehen. Nach wie vor leben wir, das sage ich ja auch in jedem Interview, von den Nachrichten, die da über die Laufbänder kommen. Und das ist eigentlich der Aktions-Trigger. Da passiert dann dementsprechend was. Aber von hier muss ich sagen, und auch von hier vom MACD, auch von den Bändern her, alles zusammen. Wir können dann auch hochgehen, nochmal in diese Richtung 14.000, was weiß ich, 790, 14.800. Aber ich glaube, in dieser Bewegung nicht hier drüber. Das sehe ich also auch nicht. Gucken wir mal auf vier Stunden. Die sieht nämlich gar nicht so anders aus. Hier ist auch die Flagge. Ja, ist ein bisschen länger gezogen. Gleiche Punkte, 14.109 bis zu 14.553. Auch hier sind wir hoch über den Oszillator, neutral über das MACD, die Bänder recht eng schon. Die Bänder sind fast identisch. Auch hier 14.112 und hier oben ist es 14.600. Ja, also identisch mit der Flagge hier. Also auch von hier, A, kein Impuls. Und B, scheint es doch hier eine heftigere Bremse zu geben. Gucken wir nochmal auf die Stunde, ob sich da irgendwas tut. Stunde genauso überkauft, ebenfalls neutral, relativ enge Bänder, ohne Signalwirkung. Also auch hier noch nichts Negatives, aber nicht weiter oder nicht nennenswert Positives, sagen wir es mal so rum. Ich gehe mal zurück auf den Tag. Hier ist der Tag. Also wenn ich hier so auf die Kurse, das seht ihr nicht. Ich habe hier links so eine Liste mit den ganzen Kursen, das ist Euro, Stocks und DAX. Ich bleibe weiter positiv für die Banken. Das muss ich einfach sein. Ja, wenn sie es hier nicht verdienen, dann verdienen sie es in Amerika. Ich finde nach wie vor die Bayer sehr schön. Ich mag immer wieder die Lufthansa. Ich kann mit den Autos, auch wenn jetzt die BMW mal gestiegen sind, nicht so viel anfangen. Die Banken sind eigentlich das, was ich am interessantesten finde. Muss ich wirklich sagen. Jetzt waren es heute auch mal wieder oder seit ein paar Tagen schon wieder die Adidas, die Puma, die da stärker gestiegen sind. Das ist Nike geschuldet. Hat mich überrascht, dass die Nike-Zahlen doch ordentlich waren. Muss ich sagen, hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber das ist in Ordnung. Hier findet so eine Rotation statt, aber momentan sind es mal wieder die Banken. Also eine Deutsche, die jetzt bei 11,71 steht, Deutsche Bank, da habe ich nach wie vor kein Problem mit, dass die wieder die 14 sieht. Nicht morgen oder übermorgen, aber in den nächsten Wochen. Zu den Scheinen habe ich diese hier. Ich habe einen 13.925er Call ausgesucht. Da liegen wir in der Nähe des 38er Tracements, ganz leicht unter der 20-Tage-Linie. Ganz leicht. Das ist für den Fall, entweder, wenn wir jetzt mal schnell hier rausgehen, wäre das eine Möglichkeit. Da kann man aber auch enger rangehen, hier so 14.050. Oder auch, wenn wir mal wieder hier runtergehen und die untere Range testen. Das ist die GK25Z5. Hebel 24 finde ich absolut in Ordnung. Den Put habe ich genommen, oberhalb von dem oberen Band. 15.216. Fällt jedem da ein bisschen Hebel 19. Das ist die GK0VGU. Die sind also ziemlich genau hier. Also zwar unter der 200-Tage-Linie, aber oberhalb des oberen Bandes. Das ist für den Fall, dass Sie doch mal wirklich versuchen, hier die dann entstehenden Shorts, die sind meines Wissens nach noch nicht da, die dann entstehenden Shorts mal rauszulassen. Also so eine Bewegung zu machen, dass wir hier hochgehen, nochmal runter, alle Shorts schreien Hurra und dann durchziehen. Für den Fall ist dieser gedacht. Im Moment ist das hier relativ signallos, aber ich denke, das haben wir auch verdient. Das war schon heftig in den letzten Wochen. Vor dem Hintergrund tut die Ruhe mal keinen Abbruch. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Und wie gesagt, der Freitagsfilm fällt aus. Der vergibt es ihn schon am Donnerstag. Alles Gute. Papa.